Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Star Wars Battlefront Let's Play auf diesem Kanal. Wir spielen heute Starfighter Assault. Wir sind auf der Seite des Imperiums und ich habe hier den besten Flieger ausgebildet, den im Spiel weht. Und los geht's. Wir schnappen uns am besten. Vielleicht den ersten, der in die Reichweite kommt. Und jawohl, Nummer 1. Okay, brennt schon. Nein, 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 Scheiße. Okay, respawnen. Weiter geht's. So, los geht's. Aha, wir müssen diese komischen Teile da beschützen und sie ausschalten. Wir haben es geschafft haben. Haben wir gewonnen. Dann so, und weg mit so. Sehr schön. Und das war ein bisschen schwierig. Wie ist das jetzt? Der zweite, dritte? Oh, noch einer. Sehr schön, sehr schön. Oh, ich werde wieder angeschossen. Was blöd ist, in dem Spiel jetzt, im alten konnte man sich mit den Pfeil-Tasten wegdrehen. Ich bin ja wieder erwischt worden. Hier geht es nicht. Und weiter geht's. Was bedeutet, wenn ich eine Rakete anhalten muss, muss ich irgendwie in Deckung fliegen. Jetzt werde ich erwischt. Das ist ein bisschen blöd. Okay, ich zerstöne mir auch noch kurz. Komm, komm, komm. Okay, das wurde zerstört. Okay, sehr schön. Oder was ist, naja, gar nicht. Äh, aber den, in der Leipzig-Wiii. Ich habe ihn schon wieder angeschossen. Da schießt mich eigentlich die ganze Zeit ein. Irgendwann, da hat es hier noch so abgesehen. Was ist denn der? Ich seh ihn nicht. Hallo? Oh, 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 oh. Sehr schön. Noch einer. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. So, jetzt ziehen wir mal die Rakete in Action hier. So, jetzt kommen wir mal hier rein. Oh, ich soll schon nicht mehr schocken. Schnell, 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 schnell. Okay, und hier gleich wieder raus. Ich brenne schon. Regenerieren sich das Leben eigentlich? Ich weiß es mal, ich glaub schon. Ja, ist es da raus. Ah, ich bin gleich wieder. Eigentlich dürfte man in der Welt ja gar nicht brennen dürfen, gell? Naja, egal. So. So. Ich finde einfach keine Gegner mehr. Ich werde wahrscheinlich nicht mal noch gefolgt. Target? So, hab ich dich. Ich... Auch, ich wollte eigentlich nicht einführen. Wie viel Hilfe? Wer hat es denn dann wieder auf mich abgesehen, ey? Das kann ja wohl nicht sein. Komm schon, komm schon, komm schon. Ich muss noch 40 von den, aber schau. Und den krieg ich den krieg ich den krieg ich. Und den krieg ich den krieg ich den krieg ich. Komm schon hin. Zwei nach zwei. Und. Ach, der ist denn kommt schon. Wir haben gewonnen! Sehr schön! Dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich riesig über einen Daumen nach oben freuen oder einen Konferenz oder ein Abo natürlich auch und bis zum nächsten Star Wars Battlefront Video. Ciao!